Ich bin die Maja Christl und ich mache da in Adelgass hinten die Kuchen und mache da einen Bacher. Hauptsächlich Mürbteig-Gepäck und Lebkuchen nach traditionellen alten Rezepten. Wir haben hier ein Rezept und das hat meine Schwiegermutter schon gemacht. Das ist ein einfacher Lebkuchen. Da ist Honig, Zucker, Wasser, Gewürze und das wird erst einmal gekocht. Und dann muss er abkühlen und dann wird das mit Mehl und Eier und Potasche und Hirschensalz, wird das dann dort gemacht und der muss ruhen. Der muss einfach über Nacht stehen bleiben und dann wird er gemacht. Der Lebkuchen ist leicht, der ist weich und das ist ein ganz einfacher Lebkuchen. Aber gut. Untertitelung? Untertitelung des ZDF, 2020